Ja, kam jetzt schon ein bisschen länger nichts mehr, weil bei uns hat jetzt auch die Schule wieder angefangen und deswegen hatte ich erstmal nicht so viel Zeit. Ich bin auch noch ein anderes Video am drehen, das braucht aber einen längeren Zeitraum. Man kann es hier gleich schon hier ahnen. Hier sind ganz viele verschiedene Blätter, aber das kommt noch. Okay, jetzt ist noch ein kleines Update Video. Hier haben wir die eine Nypfe. Die sind jetzt schon sehr groß. Keiner hat sich bis jetzt gehäutet. Ich frag mich, wann die sich das erste Mal häuten. So, dann haben wir hier die andere Nypfe. Ich weiß nicht, ob man sie sehen kann. Ich kann es nämlich gerade selber nicht sehen. Und dann haben wir hier noch das größte von den Blättern. Ja, die sehen eigentlich noch so aus wie beim letzten Update Video. Da hat sich noch nicht so viel geändert. Ich freue mich schon drauf, wenn die sich das erste Mal häuten, die Kleinen. Oder auch der Große, aber ich bin eher gespannt auf die Kleinen. Und ja, das war es auch schon wieder mit dem Update Video. Wir sehen uns, keine Ahnung, wollen wir uns das nächste Mal sehen. Vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Oder vielleicht auch bei dem größeren Video, was ich geplant habe. Also, auf jeden Fall. Bis dann. Ciao. Ciao.